Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann könnte ich hier hinten theoretisch noch nicht Tabak voll machen, weil da habe ich momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, wir könnten eigentlich eh noch... So, ich muss mal nach Hause und gucken, wie in da momentan die Lage ist. Tabak wird besser, Tabak wird besser. Okay, das heißt, theoretisch können wir jetzt dich nehmen. Und zu dir hier sagen... Gut, hä? Zack, Alkohol, Alkohol. Das war doof. Alkohol und Alkohol. Na? Zack. Alkohol und Alkohol. Los geht's. So, und dann bin ich mal gespannt, wie schnell der Wächtchen soffen wird. Wahrscheinlich Ratzifatzi. Aber der Vorteil von der Aktion ist, ich kann Steuern erhöhen. Zumindest, solange ich immer genug Alkohol-Nachschub habe. So, Steine müsste es auch wieder geben. Wunderbar. Okay, ähm, kann ich theoretisch jetzt hier den Kontor aufwerten? Ja, es fehlt mir nur noch Holz. Nein, es fehlt mir Steine. Aber in der Theorie können wir den Kontor aufwerten. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Hier hinten könnte man die Wege sogar ein bisschen abkürzen. Indem ich hier irgendwo einen Marktplatz hinsetzen würde. Und dann, also das wäre mit dem Marktplatz dann so. Den würde ich natürlich längs hinsetzen wollen. Ich finde zwar voll die Verschwendung vom Platz, aber was soll's. Wahrscheinlich sogar so dann. Hey, nee, Moment. Sogar so wahrscheinlich. Dann kann ich nämlich dicht dahin setzen. Dann hätte ich da noch eine Tabak-Farm. Der Marktplatz wäre hier. Das ist das Dreierfeld. Und der geht ja auch nur bis zu diesem einen Baum. Genau. Das wird exakt passen. Und zwar von beiden Seiten. Das heißt, das könnten wir in der Theorie tun. Ausgaben sind 480 hier. Ich mach grad... Spielstand gespeichert. Das ist noch gar nicht so schlecht. Ähm... So, ich darf einen Triumphbogen bauen übrigens. Wo setz ich den denn hin? Irgendwo, wo ich Platz überhaupt... Da. So, und... Ich soll mir ein Denkmal setzen lassen. Wollten die mir nicht ein Denkmal setzen? Ah, wahrscheinlich ist schon wieder rum. So. Das ist das eine. Und die Bürger... Genau. Die gehen auf 38. Und was ist mit den Kaufleuten? Die gehen auf 36. Perfekt. So, wunderbar. Apropos... Dich können wir ja jetzt wirklich abreißen. Ich glaube nicht, dass ich noch Erzkriege... ...und Stahl ja auch nicht. Dann kann man dich eigentlich auch abreißen. Ähm... Im Grunde ja. Im Grunde ja. So. Läuft so halbwegs. Wie gesagt, was ich jetzt halt wirklich machen muss, ist, um mein Auftragsziel zu erreichen. Ich muss die Leute sich halt entwickeln lassen. Und dann wird das mit dem Kakao ganz schnell, ganz mies. Dann wird es mit dem... Ich brauche hier 1.000... Oh Gott. Ich brauche 1.300 Kaufleute. 1.350. Also... 1.333. Aber... Wenn man aufrunden will, 1.334. 1.334. Genau. So, aber bisher läuft es gut. Die Sache mit dem Alkohol, die muss ich halt im Auge behalten. Weil der Alkohol da oben natürlich nicht so schnell nachproduziert wird, wie er wahrscheinlich da unten weggesoffen wird. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt erst mal der Anfang ist, weil sie jetzt selber erst mal total happy sind, dass es überhaupt Alkohol gibt. Juhu, Alkohol! Ähm... Moment mal. Auftrag. Zwei Drittel von ihnen sollten Aristokraten sein. Nicht Kaufleute. Das macht es ja immer besser. Das macht es ja immer besser. So, dann bin ich ja fast mal versucht zu sagen, okay, Jungs, ist ja in Ordnung. Dann werdet doch mal für mich mehr. Aber ich hab halt echt Bammel, dass ich sie dann nicht mehr lebensmitteltäglich versorgen kann. Weil es jetzt schon grenzwertig ist. Vom Alkohol ganz zu schweigen. Vom Alkohol ganz zu schweigen. Wum Alkohol ganz zu schweigen. Vom Alkohol ganz zu schweigen. Nur 100% von Neg victor ist ja... Ja. Aber nach außen aus! Wenn du ganz viel Partức vorst murzertän. Die Frage ist jetzt natürlich noch, ähm, der will sich natürlich selber erhalten. Der hätte Alkohol. Welcher ist denn der stärkere von den beiden? Wie gesagt, ich will die eigentlich alle nicht bekriegen und ich habe hier unten auch selber genug Inseln, mit denen ich Baumwolle, Kakao und Gewürze und so weiter machen kann und dann, ähm, die Versorgung von meinen Leuten sicherstellen kann und muss. Wel, wie gesagt, also es ist ja so, dass ich auf jeden Fall noch viel mehr Sachen bauen muss. Und gerade was Lebensmittel angeht und so. Muss ich vielleicht die eine oder andere unfruchtbare Insel, wie die hier, Ja, da sollte ich vielleicht Baumwolle mal bauen. Not But Okay, gut. Wie auch immer. Ich denke, es läuft jetzt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen. Ich denke, ich muss mir jetzt erstmal planen, wie ich weiter mache. Ich meine, ich muss meine Leute eigentlich irgendwann mal aufpäpeln. Irgendwann müssen sie halt auch mal wieder nach oben wachsen. Das einzige Problem, das ich halt habe mit der Geschichte ist... Okay, Tabak haben wir definitiv genug. Erstmal für den Anfang. Das heißt, da oben sollte ich mir noch mehr Alkohol hinbauen. Ich weiß nicht, ob Zuckerrohr effizienter ist als Wein. Ich persönlich meine nicht, weil ja genauso viel Zuckerrohr rauskommt wie Wein und der genauso viele Tonnen gibt. Also, genau. Vor allem, wer verarbeitet den ja direkt zu Alkohol? Deswegen. Also, ich denke, mit Tabak sind wir erstmal bedient. Alkohol ist so ein bisschen grenzwertig. Das ist halt was Neues. Das muss ich noch ein bisschen aufbauen. Der steigt aber langsam. Was ja noch okay wäre. Tabak steigt auch langsam. Da könnte ich theoretisch noch eine Fabrik hinbauen. Also, noch eine Tabakmanufaktur. Er sagt ja, zwei pro Farm. Wie viele Farm habe ich? Ich habe neun, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das heißt, eine kann ich auf jeden Fall noch bauen. Neun. Eine kann ich auf jeden Fall noch bauen. So, dann würde ich mal hier gar nicht schauen. Ne, da würde ich mich nicht hinsetzen. Ich setze dich wirklich da oben hin, denke ich. So. Genau. Dann können wir da nochmal ein bisschen Tabak produzieren. Und wenn wir den Tabak dann gemacht haben. Dann können wir den theoretisch auch für den Anfang verkaufen. Und die Gewürze, das kann man lassen. Den Clemensmittelverkauf kann man eigentlich lassen. Den Stoffverkauf kann man lassen. Aber die Fragen, die sich da halt immer stellen, ist... Also, beim Kakao machen wir keine Sorgen. Die Stoffe. Die Stoffe. Die werden ein bisschen... So, das Holz können wir von mir aus einfach wirklich... Das Volk bekommt kein Baumaterial. Das weiß ich doch. Ich weiß doch, dass das Volk kein Baumaterial bekommt. Das ist einfach wirklich der Test, um zu schauen, wie schlimm es mit diesen jeweiligen Bedürfnisgütern ist. Also, das Alkohol brauche ich definitiv mehr. Also, das schreibe ich mir vielleicht auf. So, Alkohol definitiv. Da ist mein Kugelschreiber, den möchte ich leer machen. Ähm, Alkohol. Stoffe auf jeden Fall auch. Also, Stoffe sind auch so ein bisschen... Wenn, sie erholen sich, klar. Aber sie sind auch so ein bisschen kritisch. Lebensmittel, die brauchen auch noch ein bisschen.